Willkommen bei Diätfrei Abnehmen. Sag Tschüss zum Diätfrust und Hallo zu einem Weg mit mehr Leichtigkeit und Spaß. Bist du bereit? Los geht's! Schön, dass du nochmal eingeschaltet hast zu Diätfrei Abnehmen. Heute in dieser weiteren Folge soll es darum gehen, wie wichtig ist eigentlich das, was ich esse, die Lebensmittelauswahl beim Abnehmen. Du hast ja jetzt schon von mir gehört, das grundlegende Prinzip, warum wir abnehmen, ist ein Energiedefizit. Das heißt, wir müssen weniger essen, als wir verbrauchen und dann werden wir abnehmen. Jetzt könnte man eben auch auf die Idee kommen und sagen, ja, ich zähle ganz strikt Kalorien, ich wiege alles ab, esse vielleicht nur Fastfood und Süßigkeiten und werde dadurch trotzdem Erfolge erzielen. Wirst du, tatsächlich. Also es gibt auch zwei Experimente, zwei Professoren, soweit ich weiß, die das an sich selbst geprüft haben. Der eine hat nur McDonalds gegessen, der andere mehr oder weniger nur eine bestimmte Süßigkeit. Und die haben das bestätigt. Das funktioniert, aber eben meistens nicht langfristig, weil auch da ist das ein Ansatz, den man nicht langfristig durchführen sollte in dem Fall. Und dazu wollen wir gleich dann auch kommen. Aber in der Theorie ist es wiederum möglich. In der Praxis hat es halt direkt schon mal einen großen Nachteil. Du kannst es dir sicherlich vorstellen, wenn du nur so ein paar Mini-Burger isst oder ein paar Süßigkeiten, dann sind deine Kalorien relativ schnell voll, wenn du Kalorien zählst. Und du wirst dann feststellen, dass du noch nicht satt bist, zum Beispiel. Und wer nicht satt ist, wird den Hang haben, weniger dabei zu bleiben und wird den Hang haben, mehr zu essen. Und da ist der Punkt. Du wirst dann nur über Disziplin das Ganze aufrechthalten können. Und irgendwann kommt aber der Punkt, da kommt das Leben dazwischen. Und du greifst dann zu anderen oder isst mehr Kalorien, als du es von dir erwartet hast. Dann enttäuschst du dich selber, kommst in einen Teufelskreis und zweifelst daran letztendlich, dass du es überhaupt erreichen kannst. Also, deshalb ist es in der Praxis so elementar wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, was sollte ich essen, wie sollten meine Mahlzeiten zusammengesetzt sein, damit ich auch satt bin unter anderem. Damit ich auch meinen Körper optimal versorge. Weil nur, weil ich an einem Kaloriendefizit bin, heißt das noch lange nicht, dass das unbedingt eben immer gut ist. Zum einen eben der Langfristigkeit wegen, zum anderen aber auch der Gesundheit wegen. Wenn du natürlich nur Süßigkeiten isst, wirst du deinen Körper unterversorgen mit ganz, ganz vielen Nährstoffen, die dein Körper aber braucht. Manche auf täglicher Basis, manche über einen gewissen Zeitraum. Und du wirst ihn einfach unterversorgen. Und das wirst du merken, das wirst du an deinem Energielevel merken, wirst du aber auch eben langfristig an deiner Gesundheit merken. Und die meisten da draußen, vielleicht auch du, wollen ja auch unter anderem abnehmen, weil sie gesünder sein wollen. Und deshalb ist das natürlich kein Weg, es zu sagen, ich esse in einem Kaloriendefizit nur noch Süßigkeiten oder Fastfood. Deshalb kommt der Pareto-Ansatz zum Tragen. Der Pareto-Ansatz verteilt das Ganze 80 zu 20. 20 Prozent von solchen Dingen, Fastfood und Co. Und 80 Prozent möglichst von dem, was man so allgemein weiß, was man essen sollte. Ausgewogene, unverarbeitete Mahlzeiten. Das ist ein gutes Verhältnis, um eben beides unterzubringen. Aber wenn du jetzt vielleicht dich eher in einem anderen Extrem bewegst, kann es auch sinnvoll sein, erst mal da dich auf dem Spektrum irgendwo einzufinden, was für dich umsetzbarer ist. Für dich sollte allerdings da schon rauskommen, das Ganze ist sehr flexibel. Man könnte rein theoretisch eben nur mit Fastfood, nur mit Süßigkeiten abnehmen. Und man könnte auch mit einer super ausgewogenen, gesunden Ernährung abnehmen, aber auch zunehmen. Und beides können wir so zusammenbringen, dass das ein Ansatz für uns ist, der für uns passt. Jetzt will ich dir heute in dem Podcast aber auch noch mitgeben, was sind so die Dinge bei der Lebensmittelauswahl, auf die wir achten können, damit wir möglichst gut satt sind und dann den Abnehmprozess noch mal weiter anfeuern. Damit wir noch besser abnehmen, wie wenn wir jetzt nur rein auf das Kaloriendefizit gucken und da gar nicht auf die Zusammensetzung und so weiter. Also, wir haben hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Viele meiner Kunden kennen auch schon eine bestimmte Grafik. Also, falls dich die Grafik interessiert, ich werde sie jetzt hier nur beschreiben, schreib mir gerne. Ich kann dir die Grafik auch gerne zusenden. Es geht darum, wir haben einen Strahl, also ein Spektrum von supergrün, also grasgrün bis dunkelrot. Gut, das heißt, wir ordnen so die Lebensmittel anhand von etwas ein, was superwichtig ist beim Abnehmen. Und das ist die Energiedichte. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ist eigentlich ganz simpel, falls du es noch nicht gehört hast. Es gibt an, wie viele Kalorien hat ein Lebensmittel pro Gramm, beziehungsweise pro 100 Gramm. Und da haben wir verschiedenste. Und das sollte man auch mal gelernt haben und wissen und dadurch eben auch seine Lebensmittelauswahl beeinflussen. Im Spektrum grün ganz links hast du bestimmte Lebensmittel, zu denen ich jetzt komme, die da entsprechend sehr, sehr hilfreich sind beim Abnehmen, auf die du dich maximal fokussieren solltest. Das sind zum einen alles Mögliche an Gemüsesorten. Das heißt, die Kategorie Gemüse wird nicht zu Unrecht so regelmäßig empfohlen. Sie hat halt eben wenig Kalorien und sehr, sehr viele Nährstoffe. Das heißt, daher ist schon mal sehr zu empfehlen, immer Gemüse und mehr Gemüse in den Alltag zu integrieren, wenn du abnehmen willst. Weil die in dem Spektrum weit unter 100 Kalorien je 100 Gramm liegen. Und das ist echt sehr wenig. Vielleicht kann ich dir nachher auch nochmal ein Beispiel zum Vergleich aufzeigen. Da eine weitere Lebensmittelkategorie, die sehr, sehr hilfreich ist, die auch nicht viel Energie hat und viele Nährstoffe. Obst. Dann weiter haben wir Hülsenfrüchte. Dann haben wir fettarme Milchprodukte. Dann haben wir fettarme Fleischvarianten, Fischvarianten. Auch hier bewusst nicht Wurst oder irgendwelche Konserven, sondern wirklich das unverarbeitete Fleisch oder der unverarbeitete Fisch. Fettarm ist, da ist immer gemeint, meist so unter 10 Prozent, meist besser sogar noch unter 5 Prozent. Weil dann gehst du immer unter die 100 Kalorien je 100 Gramm oder kratzt diese 100 Kalorien je 100 Gramm circa immer an. Und hier mal, um ein Beispiel zu bringen. Wenn wir jetzt sagen, wir schaffen es im Mittel, nur Lebensmittel zuzuführen, die circa 100 Kalorien je 100 Gramm haben. Und jetzt sagen wir mal, du hast 1500 Kalorien zur Verfügung. Dann könntest du über den Tag 1,5 Kilo Lebensmittel essen. Und wie satt wirst du dann wahrscheinlich sein? Sehr satt. Natürlich spielt da jetzt auch wieder eine Rolle, wie ist das zusammengesetzt? Wie wird das in Mahlzeiten umgesetzt? Dazu kommen wir nachher noch. Aber hier schon mal eben, um dir das deutlich zu machen, wie wichtig die Lebensmittelauswahl und die Zusammensetzung der Lebensmittel sein kann. Und wenn wir uns aus dem Spektrum jetzt weiter nach rechts bewegen, da werden wir auch feststellen, uh, da sind ja manche Lebensmittel, von denen dachte ich bisher oder die habe ich so als super zum Abnehmen eingeordnet oder als super gesund. Da wieder der Hinweis, gesund bedeutet nicht automatisch abnehmen förderlich. Das wirst du gleich auch nochmal sehen. Denn im Mitte des Spektrums finden wir sowas wie Fastfood, finden wir sowas wie Brot, Nudeln, Wurst und Käse eben. Also da bewegen wir uns so zwischen 200 Kalorien je 100 Gramm und 300 Kalorien je 100 Gramm. 350 Kalorien je 100 Gramm. Das heißt, da kann man nur noch kleine Mengen essen und kommt schon schnell auf eine richtig hohe Energiemenge. Was da nur noch drüber steht, was noch mehr Kalorien hat als das, sind drei Kategorien. Das sind zum einen Süßigkeiten, das ist uns meistens bekannt. Öle, die stufen wir gerne als sehr, sehr gesund ein. Sind sie auch, aber wir sollten sie eben in Maßen konsumieren und nicht in Massen, weil sie einfach sehr, sehr viel Energie liefern. Und dazu zählen auch, unter anderem, daraus wird ja auch Öl gewonnen, die Nüsse, Samen und Saaten. Denn diese Produkte haben mit am meisten Kalorien und sollten dementsprechend im Auge behalten werden, wenn wir entsprechend abnehmen wollen. Jetzt kommt auch gerne das Argument bei Nüssen. Das möchte ich hier auch mal anbringen. Ja, aber die Energie nimmt unser Körper ja nicht ganz auf. Korrekt, aber ich kenne auch die genauen Zahlen mehr oder weniger. Und die Verdauungsenergie, darum geht es nämlich, die da verloren geht, ist sehr gering. Da reden wir von circa 10%. Und bei der Menge Nüsse, also bei der Kalorienmenge, die man gerne mal isst, ist das nichts. Also das sind 10% ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deshalb trotzdem aufpassen und nicht einfach nur, weil du was als gesund kategorisierst, davon übermäßig viel essen. Also das Maß der Dinge, auch bei gesunden Sachen, ist wichtig fürs Abnehmen. Gut, das jetzt so viel zur Energiedichte. Das heißt, hier haben wir schon einen wichtigen Faktor. Je weniger Energie ein Lebensmittel pro 100 Gramm hat, desto größer ist auch die Menge, die man essen kann. Was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, langfristig satt zu sein. Und vor allem auch, wenn wir nicht nur abnehmen wollen, sondern auch gleichzeitig gesünder werden wollen und an der Versorgung unseres Körpers arbeiten wollen, sollten wir umso mehr uns links im Spektrum bewegen, weil wir dadurch automatisch viel, viel mehr Nährstoffe zuführen. Und das heißt, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, unverarbeitetes Fleisch und Fisch und fettarme Milchprodukte. Das sind so die, aus denen du dich bedienen solltest. Wenn du jetzt sagst, natürlich möchte ich mich vegan oder vegetarisch ernähren, fällt dann natürlich das eine oder andere weg, aber dann trotzdem fokussiere dich hauptsächlich auf den Bereich. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der neben dem Volumen und der Energiedichte noch sehr entscheidend sein kann und hilfreich sein kann. Wir haben nämlich auch verschiedene Stationen in unserem Körper, die unsere Sättigung entsprechend triggern. Das heißt, an der Stelle findet Sättigung statt, eine gewisse Sättigungsregulation. Das Allerwichtigste kurzfristig für die meisten, gerade wenn du am Anfang stehst, ist aber das Volumen, weil wir haben im Magen sogenannte Dehnungsrezeptoren. Das heißt, je größer der Magen ist, desto mehr wird dem Körper signalisiert, hier ist voll, ich bin satt. Das heißt, eben mehr Gemüse und Obst und so weiter zu integrieren, kann am Anfang hier sehr schnell helfen, weniger zu essen. Vor allem weniger Kalorien, weil darum geht es ja. Dann ist aber auch entscheidend, wie viel Energie wird zugeführt. Welche Nährstoffe kommen rein? Das checkt der Körper nach einer gewissen Anzahl an Minuten, das ist so ein bisschen variabel. Aber das prüft er eben auch und anhand dessen wird auch eine Sättigung signalisiert. Deswegen, es macht jetzt nicht Sinn, irgendwie nur, sagen wir mal, Wasser in fester Form, wenn man das jetzt könnte, zuzuführen, den Magen zu füllen und dann so durch den Tag zu kommen. Das wird nämlich nicht funktionieren, weil dann gar keine Sättigung über die andere Wege getriggert wird. Und deshalb müssen wir unseren Körper hier auch noch optimal versorgen von der Zusammensetzung her, damit wir da auch eine gute Balance haben. Weil wir versuchen den Körper so ein bisschen auszudricksen, aber der ist natürlich immer uns irgendwo einen Schritt voraus. Aber hier jetzt auch die Tipps für dich, für die Praxis. Wir haben eben diese Rezeptoren, dass unser Körper checkt, ach, da kommt genügend Energie. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt zufüllen, aber auch genügend Nährstoffe. Und das heißt, wir gehen da besonders rein, dass wir halt sagen, wir versorgen unseren Körper mit genügend Eiweiß, weil Eiweiß löst die Sättigung aus. Hier bis zu einem gewissen Grad. Also mehr Eiweiß ist nicht immer besser. Ja, hier um einen Wert zu nennen, circa 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht scheint so der Wert zu sein, ab dem wir keine Mehrsättigung durch mehr Eiweiß haben. Das heißt, versuch jetzt nicht unbedingt noch mehr Eiweiß zu essen und dafür weniger Kohlenhydrate und Fettquellen, sondern versuch da mehr die Balance zu finden. Aber auch gerne, falls du noch nicht genügend Eiweiß isst, Eiweiß betonter zu essen. Jetzt ist es auch etwas, was viele nicht wissen. Auch Kohlenhydrate, vor allem über den Insulinsignalweg, der ja gerne so verteufelt wird, triggern die Sättigung. Und das ist auch sehr hilfreich. Das heißt, hier kannst du das auch eben ausnutzen und ist deshalb auch wichtig für die Mahlzeitengestaltung, dass du eine ausgewogene Mahlzeit gestaltest mit eben auch Kohlenhydraten. Da vor allem wichtig, setze nicht auf Zuckerreiches, sondern setze auf Glucose. Also wir wollen, dass Glucose im Körper ankommt. Jetzt wollen wir natürlich nicht, Glucose ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch Traubenzucker. Jetzt wollen wir keinen Traubenzucker zu finden, sondern die komplexe Form von Traubenzucker und das ist Stärke. Das heißt, Stärke ist einfach verzweigtkettig Glucose und die bekommen wir über Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Besonders Kartoffeln kann ich dir empfehlen, weil die auch wieder auf dem Spektrum ganz links sind mit circa 60, 65 Kalorien je 100 Gramm nur. Das heißt, da kannst du eine Menge essen und neben vielen Nährstoffen auch wenig Kohlenhydrate pro 100 Gramm zuführen und dann noch komplexe Kohlenhydrate. Also nur zu empfehlen an der Stelle. Das heißt, wir haben jetzt zwei Faktoren, die super wichtig sind eben bei der Sättigung. Die Eiweiße, dann die Kohlenhydrate, dann, man wird es nicht glauben, spielen Fette aber auch eine gewisse Rolle. Das heißt, du solltest auch eine Fettquelle drin haben. Da in der Praxis muss ich dazu sagen, wir haben hier und da kommt immer Fett mit in die Mahlzeit rein. Meistens durch irgendwelche Soßen. Deshalb brauchen wir da nicht noch ein riesen Augenmerk drauflegen. Aber es macht schon Sinn, je nach Mahlzeit dann zu schauen, eben, dass man ein paar Nüsse mit rein tut, dass man Oliven, eine super Fettquelle mit rein tut oder Avocados zum Beispiel. Auch alles Produkte, die wiederum eher Richtung links im Spektrum, Richtung grün stehen und dadurch auch weniger Energie pro 100 Gramm liefern. Auch weniger, als man vielleicht erst mal denkt. Gut, jetzt ein weiterer Punkt, der jetzt nichts mit diesen Makronährstoffen, Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten zu tun hat, den du wahrscheinlich auch schon mal gehört hattest, sind eben, ja, ganz einfach die Ballaststoffe. Ballaststoffe, voll unterschätzt. Die allermeisten essen auch viel, viel zu wenig davon. Davon müssen wir mehr essen und die helfen uns vor allem auch bei einer besseren Sättigung. Warum? Weil Ballaststoffe auch unter anderem die Magenentleerung verzögern. Die verlangsamen das Ganze, das bleibt länger im Magen, das heißt, wir sind da auch länger satt, was übrigens auch Fett macht, was übrigens auch Eiweiß macht. Das heißt auch, möglichst immer viel Ballaststoffe. Und da sind wir wieder beim selben Punkt. Viel Gemüse, viel Hülsenfrüchte, viel Obst. Und was natürlich hier noch mit reinkommt für die Kohlenhydratquellen, möglichst auf Vollkorn-Varianten dann auch beim Getreide zurückgreifen. Oder auch andere Getreidearten liefern natürlich im vollen Korn viele, viele Ballaststoffe, unter anderem Haferflocken. Aber auch mal abwechseln. Hirse, Buchweizen, all solche Getreide sind super hochwertig und liefern dir auch nochmal ein anderes Spektrum an Nährstoffen. Und dann eben auch Ballaststoffe, die super hilfreich sind beim Abnehmen. Und jetzt kommen wir mehr oder weniger auch schon zu einem letzten Punkt, der auch nochmal in die Energiedichte reinspielt, aber dann durch uns mehr oder weniger beeinflusst wird. Und zwar ist das die Zubereitungsart. Ja, je nachdem wie wir Lebensmittel zubereiten, haben wir den Fall, dass mehr Energie dann entsteht. Also, dass wir Energie hinzufügen und das dann mehr Energie am Schluss hat. Oder durch den K-Prozess sogar weniger. Das heißt, du kannst durch die Zubereitung auch es hinbekommen, dass das Lebensmittel nachher pro 100 Gramm weniger Kalorien hat. Und wie es geht, das kommt jetzt den meisten, vielleicht ist dir das Beispiel auch direkt in den Kopf gekommen. Ja, die Pommes. Also, du hast ja eben gehört, Kartoffeln sind super gut zum Abnehmen. Für jeden zu empfehlen. Natürlich nicht in Form von Pommes aus dem Imbiss. Warum? Ja, durch das Frittieren nimmt die Pommes sehr, sehr viel Fett auf. Neben den gesundheitlich bedenklichen Transfetten, die dabei entstehen, hast du dann sehr, sehr viel Energie zugeführt. Sehr, sehr schnell. Und so wird aus einem Lebensmittel, was initial sehr wenig Kalorien hatte und sehr hilfreich ist zum Abnehmen, ein Lebensmittel, was nicht so optimal ist. Die Zwischenlösung, meine Empfehlung, ist Pommes fertig einkaufen, noch besser selber machen und dann fettfrei zubereiten. Das heißt, wenn du einen Airfryer hast, wenn du einen Backofen hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann da drin zubereiten. Weil dann brauchst du kein weiteres Fett hinzugeben. Und wenn du dich mal umschaust bei fertigen Pommes, findest du einige, die nur circa 3% Fett pro 100 Gramm haben. Und das ist echt wenig und damit bleibst du eben in diesem Bereich von circa 100 Kalorien je 100 Gramm. Und kannst auch viele, viele Pommes essen, musst nicht darauf verzichten und trotzdem abnehmen. Und das ist ein perfektes Beispiel. Aber da auch noch ein weiterer Hinweis. Trotz, dass da jetzt nicht mit Fett frittiert wird, haben wir dadurch, dass das Lebensmittel Wasser verliert, weil wir es ja backen, weil es knuspriger werden soll, verliert ist Wasser. Und alles, was Wasser verliert, wird aufkonzentriert in der Energie. Das heißt, das muss einem auch immer so ein bisschen bewusst sein, alles, was wir braten und backen, wird halt energiedichter im Vergleich zum Rohzustand. Das heißt, je näher etwas am Rohzustand ist, je naturbelassener, desto besser ist das in der Regel für die Energiedichte. Jetzt können wir das aber auch noch umdrehen und dann das auch positiv für uns nutzen, indem wir Wasser zum Beispiel zu Lebensmitteln hinzufügen. Du kennst das klassisch, Reis kannst du jetzt nicht so roh essen, da muss erst Wasser hinzu. Das Lebensmittel nimmt Wasser auf und dadurch wird es weniger energiedicht. Hier haben wir nämlich bei Reis circa die zweifache Menge Wasser, die wir hinzufügen können und dadurch sinkt die Energie, die Reis in der Rohmenge hat, um Faktor 3. Das heißt, wir kommen auch wieder Richtung 100 Kalorien je, 100 Gramm. Anders ist es zum Beispiel bei Nudeln. Nudeln nehmen nur circa ihr Eingewicht an Wasser nochmal auf. Das heißt, hier kann man auch schon durch die Lebensmittelauswahl viel ausmachen an der Sättigung oder viel rumschrauben an der Sättigung. Und ja, schon ist man zufriedener, satter und kommt besser durch seine Abnehmphase. Deshalb ist hier eben bewusste Auswahl sinnvoll. Deshalb hier auch so eine Reihenfolge von mir, meine Empfehlung. Ich würde Nudeln immer ganz hinten anstellen. Regelmäßig essen auf jeden Fall, vor allem mit deiner Lieblingssoße, so wie du die gerne hast, weil wir wollen ja keinen Verzicht, aber eben von der Kaloriendichte würde ich die hinten anstellen. Und dann danach kommt Brot und dann kommt Reis, dann kommen sowas wie Süßkartoffeln und dann kommen Kartoffeln und dann natürlich Produkte daraus. Deswegen, ich würde die Kartoffel immer an erster Stelle sehen, wenn es um das Thema Kohlenhydrate beim Abnehmen geht. Und dann vor allem noch was anderes, was auch in Wasser eingeweicht wird. Und du kennst es wahrscheinlich, Porridge. Also Haferflocken in Wasser, in Milch, wie auch immer aufgeweicht. Du kannst nämlich eine sehr, sehr kleine Menge nehmen. Durch die Belaststoffe, die da drin sind, wird sehr, sehr viel Wasser auch aufgenommen. Und schon hast du eine riesig große Mahlzeit mit zusätzlich Obst vielleicht auch noch, die sehr sättigend ist und wenig Kalorien hat. Und das ist auch der Grund, warum viele, inklusive mir, gerne, auch vor allem wenn es kalt ist, auch mal Porridge essen. Also hier deswegen Porridge, Haferflocken nur zu empfehlen. Und jetzt zum Schluss dieses Podcasts. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt schon mal klar machen, wie wichtig Lebensmittelauswahl beim Abnehmen ist und dass man nicht einfach nur Fastfood und so essen sollte. Das theoretisch kann, aber es nicht essen sollte. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Naja, macht nichts. Ich möchte auf jeden Fall jetzt noch mal kurz zu dem Punkt kommen, wie sich die Energiedichte verändert anhand von dem Beispiel der Kartoffel. Wie gesagt, wir haben ja die Kartoffel im Rohzustand mit ca. 65 Kalorien je 100 Gramm. Wenn wir jetzt hingehen und machen da draußen eine Salzkartoffel, die jetzt ja nicht wirklich groß verarbeitet wird, gekocht wird, dann steigt es schon leicht auf ca. 80 Kalorien je 100 Gramm. Haben wir eine Backkartoffel auf dem Grill oder im Ofen ohne Öl und so weiter zubereitet, steigt das Ganze auch in diese Richtung 80, 85. Jetzt, das ist auch, was die meisten überraschen wird, die Bratkartoffel ist in den meisten Fällen gar nicht so wild, wie man vielleicht denkt und in jedem Fall oder sagen wir mal in 80% der Fälle noch unter den Kalorien von Pommes mit ca. 130, 150 Kalorien je 100 Gramm. Wenn wir uns dann Pommes daher nehmen, Beispiel das große M, liegen wir bei weit über 200 Kalorien pro 100 Gramm schon eher Richtung 300. Also der Wert, den ich hier habe, sind 290 Kalorien je 100 Gramm. Das ist eine Menge, wo wir initial bei 65 Kalorien waren. Und dann die Spitze des Ganzen sind Chips, enthalten ja fast gar kein Wasser mehr, weil sie so maximal knusprig sein sollen. Und dementsprechend haben sie auch Richtung 600 Kalorien. Das heißt, der initiale Wert ist verzehnfacht. Daher auch nochmal super wichtig zu sehen, wie die Zubereitungsart Lebensmittel beeinflusst. Deswegen auch wieder der Hinweis, möglichst unverarbeitet zu essen. Und das heißt aber nicht, dass du jetzt irgendwie auf alles Leckere verzichten musst, wie, erinnere dich wieder an das Beispiel mit den Pommes. Also das spielt da eine große Rolle, dass man Bewusstsein schafft für, was gibt es so an Angeboten da draußen, wie kann ich mir Dinge zubereiten, wie schaffe ich mir Mahlzeiten, Alternativen zu dem, was ich bisher gegessen habe, ohne dass ich jetzt verzichten muss, mit weniger Energie. Und dann wirst du auch ganz einfach mit super viel Leichtigkeit abnehmen. Und das ist genau das, was ich auch meinen Kunden letztendlich weitergebe. Und hier vorne vor mir im Video vor allem, siehst du noch meine zwei Tagebücher. Mein Ernährungstagebuch und mein Abnehmstagebuch, die jetzt seit knapp ein paar Monaten verfügbar sind. Und da ist nämlich auch das Bewusstsein so super wichtig, dass man erstmal sieht, okay, was esse ich überhaupt? Ja, welche Verteilung, welche Mengen esse ich? Wenn du dafür Bewusstsein hast, kannst du nämlich ganz einfach Dinge ändern. Natürlich brauchst du dann irgendwo noch Inspiration, aber auf dem Weg wirst du dann auch feststellen, du setzt dich generell mit allem vielleicht ein bisschen bewusster eben auseinander und dadurch entstehen auch neue Ideen. Zusätzlich natürlich das Internet, Social Media, kannst du dir ganz viele Ideen reinholen und schon kommst du zu einem neuen Lebensstil mit mehr Leichtigkeit. Und glaub mir, es ist wirklich so einfach. Du musst es dir nicht so schwer machen. Und du musst nicht irgendwelchen Influencern glauben, dass jetzt deine Hormone irgendwie eine Behandlung brauchen oder dass du deine Darmmikrobiota verändern musst oder was auch immer. Klar, das sind alles Themen, die werde ich vielleicht auch hier im Podcast noch behandeln. Aber wenn du mit dieser Basis, was ich dir hier vermittelt habe bisher schon und noch weiter vermitteln werde, schon mal beginnst, wirst du sehen, dass du damit auch schon spielerisch einfach abnehmen kannst und so einen neuen Lebensziel findest und nicht nur irgendeine Diät machst. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei Diätfrei Abnehmen. Das war's für heute bei Diätfrei Abnehmen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu einem leichteren Leben zu begleiten. Tust du dich noch schwer, deinen eigenen Weg zu finden? Dann zögere nicht und lass Timo dir helfen. Besuche jetzt www.coach-timo-wagner.de und sichere dir dein kostenfreies Beratungsgespräch. Bis zum nächsten Mal!